Frau Feldmann. Frau Feldmann. Frau Feldmann. Herr Feldmann. Es tut mir sehr leid und es fällt mir schwer, Ihnen mitzuteilen. Jonathan Feldmann ist heute Nacht im Einsatz gefallen. Herr Feldmann. Herr Feldmann. Wusstest du, dass Foxtrot eigentlich ein Tanz ist? Der Foxtrot-Schritt ist wirklich ganz einfach. Sieh mal. Vor, vor, seit und stehen. Rück, rück, seit und stehen. Herr Feldmann. Musik 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 Ich bin am Ende der Welt und habe keinen Empfang. Hinterlasst eine Nachricht, ich rufe dann irgendwann zurück. Ich möchte ihn sehen. Wen? Jonathan. Mein Sohn. Ihr Sohn ist an einem Checkpoint und überwacht eine Versorgungsstraße. Acht Sekunden. Ich verlange, dass Sie mein Kind zu mir zurückbringen. Kein Morgen oder Malsehen, sondern jetzt. Es gibt einen Tanz. Der geht so. Vor, vor, seit und stehen. Rück, rück, seit und stehen. Ihr habt gekifft. Egal, wo du hingehst. Du landest immer am selben Ausgangspunkt. Eine Minute. Das war's für das Kind. Möge zu. Ich träume für das Kind.